Was sind die Gründe, dass Unternehmer, zumindest viele Unternehmer und Führungskräfte zum Thema Gesundheitsmanagement bei weitem nicht in der gleichen Liga spielen wie beim Thema monetären Erfolg? Das ist eine super spannende Frage. Was steckt denn eigentlich dahinter? Dass viele selbstständige Unternehmer, Führungskräfte, Unternehmerinnen letztendlich auf ihrem Gesundheitskonto meistens ein krasses Minus haben und auf dem Businesskonto ist alles super cool. Aufträge, Auftragsbücher sind voll ohne Ende und der Umsatz stimmt, monetärer Erfolg ist genial. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Riembacher bei der Performance Coach. Das ist eine spannende Frage. Seit 1988 bin ich jetzt in dieser Branche, Fitness, Gesundheitsbranche, Ernährungsberatungsbranche. Und in den letzten sechs Jahren, fast das siebte Jahr jetzt schon, habe ich mich spezialisiert auf das Thema Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige. Und da ist es immer wieder spannend, dass Menschen, die einen unglaublich monetären Erfolg haben, da ist alles da, was man sich vorstellen kann. Aber leider hat man einen schönen Porsche und das Ein- und Ausstrahlen ist nicht mehr elegant, beziehungsweise es fällt unglaublich schwer. Man hat alles, was auf dieser Erde wünschenswert ist, aber leider Bluthochdruck. Man hat alles, was auf dieser Erde wünschenswert ist, den krassen Luxus, aber man hat 20, 30 Kilometer Übergewicht. Tolle Urlaube, tolles Haus, immer das Neueste an Kleidern, an Uhren. Aber die Leistungsfähigkeit im Bereich körperliche Fitness ist unterirdisch. Die spannende Frage ist doch, diese Menschen sind ja in einem Bereich super erfolgreich. Warum schaffen sie nicht, das, was sie im Business erreichen, zu spiegeln rüber aufs Gesundheitsmanagement bei sich selbst? Was ist da die Herausforderung? Und diese Frage, die kann man relativ einfach beantworten, bei Männern, wie zwischenzeitlich auch bei Frauen. Bei Männern ist es ganz klar, der Erfolg, der monetäre Erfolg, das Guthaben auf dem Konto ist einfach viel mehr wert, wie der gesundheitliche Aspekt, weil man natürlich mit dem Erfolg, was man erreicht hat im monetären Bereich, eine krasse Anerkennung bekommt. Man weiß ganz genau, dass man weiterhin auch für den monetären Erfolg, für den Business-Erfolg krasse Anerkennung bekommt. Und deswegen ist das Investment, das Hauptinvestment immer in diesem Bereich. Man hat keine Zeit für die Gesundheit, man hat keine Zeit für einen ausreichenden Schlaf, man hat keine Zeit für ein gesundes Stressmanagement, man hat keine Zeit, sich gesund zu ernähren. Da fallen Mahlzeiten auf, da wird nur vier, fünf Stunden geschlafen. Alles nur für den Business, alles nur für den Erfolg im Business. Ja, so sind wir gestrickt. Frauen geht es zwischenzeitlich auch so. Die Rolle der Frau hat sich ja geändert in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Es gibt immer mehr Unternehmer, Unternehmerinnen, die haben die gleiche Herausforderung. Sie übernehmen die Rolle des Mannes und wollen erfolgreich sein. Und solange es so bleibt, dass die Anerkennung von außen, die monetäre Anerkennung sehr hoch ist, aber der Körper und die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit auf körperlicher und geistlicher Ebene, dass die einfach auf einen ganz anderen Bereich steht, dass es gar keiner berücksichtigt, dass die Wertigkeit nur daran erkannt wird, erfolgreich, ein tolles Unternehmen hat, krasse Umsätze. Wenn das, solange das im Fokus bleibt und das das Wichtigste ist, wird die Gesundheit immer zu kurz kommen. Dann wird immer das Investment auf das Gesundheitskonto zu kurz kommen. Das geht ja auch bis zu einem gewissen Grad gut, aber meistens zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr entstehen die ersten Krankheitsbilder. Das ist das Thema Übergewicht. Das ist das Thema Bluthochdruck. Das ist das Thema Cholesterinwert. Das ist das Thema Leistungsfähigkeit. Das ist das Thema Stressanfällig. Das ist das Thema innere Unruhe. Das ist das Thema Schlafprobleme. Das ist das Thema aller möglichen Herzerkrankungen. Das ist zwischenzeitlich schon ganz normal und es gehört anscheinend zum erfolgreichen Unternehmer, zur erfolgreichen Führungskraft, zum erfolgreichen Selbstständigen. Und das Selbstständige gehört da schon dazu. Das ist normal. Das wird mit eingekauft. Das wird mit abgesegnet. Ganzheitlichen Erfolg. Das sind nur noch super wenig. Es geht ja darum, ganzheitlichen Erfolg geht es darum, ja, wir haben monetären Erfolg. Wir haben eine super Firma. Es läuft alles wunderbar. Es ist top. Das ist wichtig. Aber im Verhältnis dazu, mein Gesundheitskonto ist auch gedeckelt. Meiner Familie geht es gut. Ich bin ein guter Familienvater. Ich bin ein guter Ehemann. Das alles unter einen Hut zu bekommen, das scheint so, als ob das im Moment die Masterclass wäre. Denn wenn man rausschaut, wenn man sich mal in seinem Umfeld umschaut und erkennt Führungskräfte, man kennt Unternehmer und Selbstständige. Und guck mal, wie sieht es bei denen aus auf dem Gesundheitskonto? Zumindest bei den Menschen, die man gut kennt. Wie sieht es aus bei denen zum Thema Familie? Läuft das alles? Klappt das alles? Wie sieht es aus zum Thema Schlafen, zum Thema Stressmanagement? Geht es denen gut? Da werden wir feststellen, dass beim größten Anteil all dieser Mitmenschen die Herausforderung super groß ist, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und die Frage ist doch, diese Menschen haben Erfolg im Business. Warum kriegen sie das nicht rüber aufs Gesundheitsmanagement? Was sind hier die Auslöser? Ganz einfach. Der Wert der Gesundheit ist nicht der gleiche Wert wie der Wert auf dem Konto, wie der monetäre Wert. Da wird ganz klarer Abstrich gemacht und gesagt, das eine ist viel wichtiger und das andere ist unwichtig. Man nimmt sich dann gar nicht die Zeit, um sich zu kümmern. Beziehungsweise in der Regel dauert super lang, so lang bis die rote Karte kommt, in Form von Bluthochdruck, in Form von ernsten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Und dann kommt tatsächlich die Einsicht, jetzt müsste ich aber mal was machen. Leider gibt es dann ganz viele, die verlassen sich dann, ja da gibt es einen Arzt, der wird mich schon operieren, der wird dann schon meine Herzkranzgefäße wieder reparieren. Da gibt es einen Arzt, der schreibt mir eine Pille, wenn ich nicht schlafen kann. Da gibt es eine Apothekerin, die hat tolle Mittel für mich, dass ich wieder schlafen kann. Da gibt es eine Apothekerin, die empfiehlt mir tolle Präparate, um meinen Blutdruck zu senken. Letztendlich ist da auch wieder ein großer Anteil, der sagt, ich gebe meine Verantwortung ab und überlasse die Verantwortung der Pille. Überlasse die Verantwortung dem Mann mit dem weißen Titel, übernehme aber selbst keine Verantwortung. Ich werde nicht mein Lifestyle verändern, ich werde nicht meine Verhaltensweise verändern. Nö, mache ich nicht. Das ist einfach faszinierend, dass diese ganzen Menschen, die ich auch tagtäglich kennenlerne, zu mir kommen ja die, die sagen, ich habe die Schnauze voll. Zu mir kommen ja die, die sagen, jetzt ist Schluss. Ich habe die letzten 10, 15, 20, 25 Jahre nur auf mein monetäres Konto eingezahlt und jetzt habe ich den Salat. Jetzt geht mir schlecht, mein Bluthochdruck ist 180 zu 120. Ohne Bluthochdruck-Tabletten ist es nicht mehr möglich. Ich schlafe einfach brutal bescheiden. Ich kann nicht mehr tief schlafen, ich bin ständig erschöpft, ich bin ständig ausgepowert. Mir macht das alles gar keinen Spaß mehr, das ganze Geld bringt mir gar nichts mehr, weil ich mich nicht wohlfühle. Ja, um meine Familie geht es auch nicht gut, weil ich ständig gestresst bin, weil ich ständig müde bin. Ich habe gar keine Zeit mehr, meinen Kindern mich zu unterhalten, meinen Kindern was zu unternehmen, meiner Frau was zu unternehmen. Ich bin einfach durch. Ich komme abends nach Hause, sitze auf dem Sofa und das war's. Die kommen zu mir und die arbeiten an ihrem ganzheitlichen Erfolg und erreichen auch ihr Ziel und kommen dann und sagen, Andreas, ich hätte es nie gedacht, dass ich mein Lebensluxus so optimiert, ich hätte niemals gedacht, dass es sich wieder so gut anfühlt. Aber weißt du was, Andreas? Was mich nervt, was mich ärgert ist, dass ich so lange gewartet habe. Das ist der Ärger über sich selbst. Wobei das nichts nützt, denn die Zeit ist eh schon vorbei. Warum soll man sich ärgern? Das ist rum. Sie sind ja jetzt schon im Tun. Und auch da stellt es immer raus, die größte Herausforderung ist nicht mit meinen Kunden zum Thema Ernährung. Das ist relativ einfach, das Thema Ernährung, was man da tun sollte. Auch das Thema Sport ist einfach. Das ist einfach, verständlich, erklärt und da muss man nicht drüber nachdenken. Das sagt man gleich ja. Das sind nicht die Herausforderungen. Die Herausforderungen sind ständig die, ich investiere diese Zeit. Ja, es ist mir wert, ich bin es mir wert, diese Zeit zu investieren, den Break zu schaffen. Ja, ich gehe heute Abend um 19 Uhr raus aus dem Büro und gehe direkt laufen. Ich gehe heute um 19 Uhr raus aus dem Büro und gehe danach ins Fitnessstudio. Ja, ich frühstücke ab sofort morgens. Ich nehme mir die Zeit, 15 Minuten zu frühstücken. Ja, ich nehme mir die Zeit, ein gesundes Mittagessen zu essen. Ja, ich nehme mir die Zeit, auch mal 10 Minuten Hauszeit zu nehmen, 20 Minuten spazieren zu gehen. Das ist die große Herausforderung. Nicht das Wissen. Wir sind alles Wissensriesen. Hier kommen Leute zu mir, die haben 100, 150, 30 Angestellte, 200 Angestellte, 500 Angestellte. Hochintelligente Menschen. Da ziehe ich meinen Hut. Die haben Strategien drauf und Business ist abartig. Da bin ich ein ganz kleines Lichtlein. Aber die, die haben so eine große Herausforderung zum Thema Gesundheitsmanagement. Und das umzusetzen, an den Strategien zu arbeiten, aus neuen Gewohnheiten, Routinen zu verankern, diese ganze Hintergrundarbeit, das ist faszinierend. Und wenn dann die Leute nach zwölf Wochen kommen und sagen, Andreas, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? So schwierig ist das gar nicht. Ich esse jetzt Trammel am Tag. Ich mache in der Woche dreimal Sport 45 Minuten. Ich habe es geschafft, dass ich mehr als sieben Stunden gesunden Schlaf habe. Ich habe es wieder geschafft, auch mal sonntags meiner Familie was zu unternehmen. Ich bin noch mal raus in der frischen Luft. Ich kann mich wieder mit meinen Kindern unterhalten. Ich kann auch mal wieder entspannt spazieren gehen. Was hat mich geritten, dass ich über Jahre hinweg dieses Gesundheitsmanagement nicht aufgeschlagen habe? Ja, das ist in der Tat die Wertigkeit. Der monetäre Erfolg. Die Rolex der Porsche, der Hubschrauber, das Schiff, die achte Wohnung, die neunte Immobilie, die war einfach immer wichtiger wie die eigene Gesundheit. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man feststellt, was nutzt mir das alles, wenn ich letztendlich nicht mehr in der Lage bin, meinen Porsche einzusteigen? Was nutzt mir das, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, vernünftig zu gehen? Was nutzt mir das in der Lage, wenn ich nicht mehr richtig schlafen kann? Was habe ich davon? Gleichgewicht. Und dann sind sie bereit und sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wieder rechtzeitig in mein Gesundheitsmanagement zu investieren. Auf mein Gesundheitskonto einzuzahlen. So, und jetzt stellst du dir mal bitte vor, wie fühlt sich das an? Perfekter Schlaf. Richtig guter Schlaf. Maximal ausgeschlafen morgens und die Energie wie vor 20 Jahren. Wie fühlt sich das an? Und dann, diese Stressresidenz, mit Stress umgehen zu können. Sie wissen ja, okay, das sind Herausforderungen, ja gut. Aber ich weiß, wie es funktioniert, ich kann damit umgehen. Ich mache mich nicht verrückt, ich lasse mich nicht von meinen Gedanken, von meinen negativen Gedanken dominieren. Die rauben mir nicht mehr den Schlaf. Nein, ich weiß, wie es funktioniert. Wie fühlt es sich an? Boah, ich kann wieder 5 Kilometer joggen, 6, 7 Kilometer joggen. Ich fühle mich wieder topf, ich schaue in den Spiegel und denke, wow, das sieht gut aus, das sieht energetisch hochwertig aus. Wow, ich fühle mich wieder topfit, ich habe wieder viel mehr Energie. Mit meiner Frau kann ich was unternehmen. Ich kann mit den Kindern rausgehen, mit den Kindern spielen. Ich fühle mich gut. Die Pfunde purzeln. Der Spiegel lächelt mich an. Wie fühlt sich das an? Ja, das zaubert uns natürlich ein Lächeln ins Gesicht, weil es ein angenehmes Gefühl ist, weil es ein schönes Gefühl ist. Und genau das ist das, was die Herausforderung ist, diesen ganzheitlichen Erfolg. Und dazu brauchst du Systeme und Strategien. Du brauchst nicht nur einen Ernährungsplan, du brauchst nicht nur einen Trinkensplan. Das ist ein kleiner Anteil. Sondern letztendlich brauchst du einen Profi an deiner Seite, der dir erklärt, wie du aus diesen neuen Gewohnheiten Routinen machst. Der dir erklärt, was waren eigentlich deine Herausforderungen, warum hast du es nicht gemacht. Erkennen, benennen, eliminieren. Das sind lauter Strategien. Und du erhältst du von einem Profi, der dich an die Hand nimmt und sagt, pass auf, wir beide gehen diesen Weg gemeinsam. Ich führe dich an dein Ziel, sodass dein monetäres Konto und dein Gesundheitskonto eine Ebene geben. So. Gutes Gefühl. Auf jeden Fall. So, und jetzt hast du natürlich die Möglichkeit und kannst sagen, pass auf Andreas. Wie können wir in Kontakt treten? Das ist relativ einfach. Du gehst unten in die Shownotes, in die Bemerkungen, da findest du andreas-trienbacher.com. Und da gehst du auf unsere Seite und da kannst du deinen Wunschtermin eintragen. Und es ist nicht selbstverständlich, wenn wir sagen, wir können direkt anfangen. Das ist immer eine Frage des Gesprächs mit dem Mitarbeiter. Mein Mitarbeiter kontrolliert erstmal, was möchtest du haben, was sind deine Vorstellungen. Und vor allem, hast du jetzt schon die nötigen Voraussetzungen, um das System umzusetzen? Hast du die nötigen Grundskills? Ist das alles schon vorhanden? Wenn das da ist, dann haben wir beide ein kürzes Vergnügen. 60 bis 90 Minuten unverbindliches Erstberatungsgespräch mit allen Strategien, die dich zum Erfolg führen. Zum Thema Gesundheitsmanagement. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, mach's gut und hab ganz viel Spaß und bleib gesund. Andreas Rienbacher, dein Performance Coach. Erstberatungsgespräch